Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Gnadl zu Wort gemeldet. Axel. Manchmal tut so ein Kaffee auch ganz gut. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor fünf Jahren haben sich SPD und FDP hier im Hessischen Landtag auf den Weg gemacht und einen eigenen Gesetzentwurf zur Einrichtung eines Landeselternbeirats für die Eltern von Kita-Kindern in den Hessischen Landtag eingebracht. Das war vor fünf Jahren. 2019 haben wir den zweiten Versuch gestartet und erneut gemeinsam hier einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. Jetzt, fünf Jahre später, kommt ein Gesetzentwurf von CDU und GRÜNEN hier in den Landtag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, er bleibt auch hinter unseren Erwartungen zurück. Wir haben uns vor fünf Jahren gemeinsam mit der FDP auf den Weg gebracht, weil uns eine demokratisch legitimierte Vertretung auf Landesebene für Eltern von Kita-Kindern wichtig ist. Wichtig ist uns die demokratische Teilhabe. Wichtig ist uns eben auch der Stellenwert, den man der frühkindlichen Bildung hier beimisst. Das drückt sich eben auch in einer Landeselternvertretung aus. Eltern sind wichtige Bildungs- und Erziehungspartnerinnen und Partner. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir sie ernst nehmen und dass wir vor allen Dingen sie hören wollen und mitbestimmen lassen wollen, was auch entsprechend auf Landesebene entschieden wird. Zweimal wurden von Ihnen die Gesetzentwürfe bereits abgelehnt. Die Kritik war damals, der Gesetzentwurf sei zu früh. Frau Ravensburg hat gesagt, Sorgfalt geht vor Schnelligkeit. Das ist ein häufig wiederholter Satz im Hessischen Landtag. Frau Anders hatte damals davon gesprochen, es braucht erst einmal demokratisch legitimierte Elternvertretung auf kommunaler und Jugendamtsbezirksebene. Ich will noch einmal kurz aus dem Protokoll zitieren. Sie sagte im Februar 2019, wir wollen erst das Fundament und den Mittelbau etablieren und dann das Dach draufsetzen. Wir wollen arbeitsfähige Gremien und keine Scheinversammlungen. Sehr verehrte Damen und Herren, das ist die Position 2019 der GRÜNEN Landtagsfraktion. Wichtig ist uns, dass Eltern von Kita-Kindern endlich eine starke Stimme auf Landesebene bekommen. Gerade dieses langwierige Verfahren, auch dieses Gesetzentwurfs, zeigt doch einmal mehr, wie notwendig eine solche starke Stimme von Kita-Eltern auf Landesebene ist. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Die Menschen, die auf die Straße gezogen sind und andere Elternvertretungen vor Ort, die darauf aufmerksam machen mussten, dass es sie gibt und dass sie gehört werden wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt einmal mehr, es braucht ein solches Gremium auf Landesebene. Andere Bundesländer haben es uns bereits vorgemacht, dass es Landeselternvertretungen geben kann. Hessen ist hier wirklich mit eines der Schlusslichter, dass noch keine Landeselternvertretung eingeführt hat. Im schulischen Bereich ist das überall selbstverständlich. Im Kita-Bereich musste man jahrelang darum auf Landesebene kämpfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat auch etwas mit Respekt gegenüber der Elternarbeit zu tun, gegenüber den engagierten Eltern, die auch mit uns seit fünf Jahren Seite an Seite für ein solches Landeselternbeiratsgremium gekämpft haben. Das Eckpunktepapier, das von der LAG-Kita-Eltern Hessen ausgearbeitet wurde, ist wirklich ein sehr umfangreiches Papier. Ich habe es heute vor dieser Gesetzeslesung noch einmal sehr sorgfältig durchgelesen. Es ist ein fünf Seiten langes Eckpunktepapier, in dem im Detail beschrieben ist, wie ein demokratisch legitimiertes Verfahren einer solchen Wahl aussehen kann und wie man das entsprechend auch hier in Hessen etablieren kann. Da verwundert es schon, dass Sie angesichts eines solchen Eckpunktepapiers die LAG-Kita-Eltern Hessen, die auch aus engagierten ehrenamtlichen Eltern aus einem Vorstand besteht, die sich wirklich jahrelang aktiv engagiert haben, noch nicht einmal in Ihrem Gesetzentwurf beteiligt wurden. Das wäre doch das Mindeste gewesen, wenn man erst nach fünf Jahren mit einem solchen Gesetzentwurf um die Ecke kommt. Wäre es das Mindeste gewesen, diese engagierten Eltern an Ihrem Gesetzentwurf zu beteiligen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen verwundert es eben auch nicht, dass sich so wenig von diesem Eckpunktepapier am Ende in dem vorliegenden Gesetzentwurf wiederfindet. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt eben auch die Schwäche Ihres Gesetzentwurf aus, dass Sie eben keine kommunale Struktur von Stadt- und Kreiselternbeiräten wirklich etablieren wollen. Da lassen Sie es bei einer Kannregelung. Ihr ursprüngliches Ziel, die Strukturen von unten aufzubauen, scheint irgendwie nicht mehr existent zu sein. Und schlimmer noch, dort, wo es jetzt bereits Bewegungen auf Kreisebene gibt. Wir haben das aktuell in Groß-Gerau erlebt, die Einführung eines Kreiselternbeirates. Dort, wo vor Ort jetzt Strukturen geschaffen werden, sind diese gar nicht mehr in Ihrem Wahlverfahren überhaupt vorhanden. Die existieren da gar nicht. Wenn man Strukturen von unten aufbauen will und diese dann nicht beteiligt, auch an einem Wahlverfahren, dann verstehe ich nicht, wie das zukünftig mit den kommunalen Strukturen weiter aussehen soll. Ich finde, das Beispiel von Groß-Gerau zeigt einmal mehr, dass es da auch einen Landrat gibt, der keine Angst vor einer verfassten Elternschaft hat. Frau Nagel, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird Zeit, dass es einen Landeselternbeirat auf Landesebene gibt. Ihr Gesetzentwurf ist ein erster Schritt. Es ist ein Zwischenstand, aber auch keinfalls ein Endprodukt. Insofern kann man nur hoffen, dass wir tatsächlich auch andere Mehrheiten im Landtag haben werden nach der nächsten Landtagswahl und damit einen neuen Gesetzentwurf haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wichtig ist, dass wir jetzt in einem ersten Schritt eine Landeselternvertretung in Hessen bekommen. – Vielen Dank. Danke sehr, Frau Gnadl. – Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will vielleicht eine der letzten Sätze von Lisa Gnadl durchaus aufgreifen. Ich hoffe, dass wirklich niemand in diesem Land an irgendeiner Stelle Angst vor zusätzlicher Beteiligung hat, weil demokratische Prozesse immer stärkt. Wir haben heute früh in einem anderen Kontext darüber auch gesprochen. Deshalb will ich zunächst einmal feststellen, das Erfreuliche an dieser Diskussion ist doch, alle wollen sie. Alle wollen die Kita-Elternvertretung. Das ist extrem erfreulich. Wir streiten heute über die Ausgestaltung. Das werden wir sicher auch während der Anhörung fortsetzen. Wir hören zwei Gesetzentwürfe an. Wir streiten ein bisschen über die Vergangenheit und Genese. Das ist auch in Ordnung. Aber ich möchte den Blick nach vorne richten. Meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktionen haben auch nach Ansicht der Landesregierung mit diesem Gesetzentwurf eine ausgesprochen gelungene Lösung vorgelegt, um Eltern mehr Einfluss auf die Bildung, Erziehung und Betreuung ihrer Kinder in Kindertageseinrichtungen zu ermöglichen. Mit diesem Gesetzentwurf wird eine demokratisch legitimierte Struktur zur Wahl einer Landeselternvertretung geschaffen. Gleichzeitig wird die kommunale Zuständigkeit für die Kinderbetreuung gewahrt. Genau in diesem Spannungsfeld haben wir uns doch ein Stück weit bewegt. Es ist bei einem solchen Gesetzentwurf ganz grundlegend, und es ist auch geschehen, dass im Vorfeld mit den beteiligten Akteuren natürlich beraten wird. Das haben die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ausführlich getan. Wir haben es gehört. Selbstverständlich gehören zu den wichtigsten Akteurinnen, die vom Land finanzierte Servicestelle Kita-Eltern Hessen getragen von der LAG und der Landesjugendhilfeausschuss. Frau Gnadl, dem gehören auch Sie an. Bei den Beratungen ist ganz deutlich geworden, dass es ein schlankes Verfahren braucht, damit die Landeselternvertretung zügig ermöglicht wird. Genau das gelingt mit diesem Entwurf auch, weil er die direkte Wahl einer demokratisch legitimierten Elternvertretung auf Landesebene ermöglicht, die dann auch einen Querschnitt aller hessischen Eltern abbildet, derer aus dem ländlichen Raum genauso wie derer der Innenstadt-Kitas und aller dazwischen, und zwar ohne auf die Bildung entsprechender Gremien auf kommunaler Ebene angewiesen zu sein. Frau Böhm zu. Ich trage jetzt im Zusammenhang vor. Der Kern dieses Gesetzentwurfs ist die Landeselternversammlung. Für jeden Jugendamtsbezirk in Hessen können je eine Delegierte oder ein Delegierter sowie eine Stellvertretung der Eltern, deren Kinder in Kitas betreut werden, gewählt werden. Gleiches gilt auch für die Eltern der Kinder, die bei Kindertagespflegepersonen betreut werden. Ihre Wahl erfolgt in den Kitas und bei den Kindertagespflegepersonen direkt. So entsteht dann auch eine gute, eine wachsende Struktur, die die Eltern vernetzt, die gegenseitige Beratung untereinander ermöglicht und die sie darüber hinaus bei allen wichtigen Entscheidungen der Kinderbetreuung anhört und dafür sorgt, dass sie in den entsprechenden Gremien mitberaten. Durch diese demokratische Wahl der Landeselternvertretung – das ist wirklich eine große Stärke dieses Entwurfs – ist gewährleistet, dass die Stellungnahmen und Beiträge breit getragen werden. Denn das ist wichtig. Auch die Interessen der Eltern von Kita-Kindern, von Tagespflegekindern, vom Land und aus der Stadt, in Vollzeit- oder Teilzeitbetreuung unterscheiden sich durchaus. Sie sollen alle repräsentiert sein. Dieser Gesetzentwurf wird diesem Anspruch im Gegensatz zu den Gesetzentwürfen der Vergangenheit auch wirklich gerecht. Meine Damen und Herren, gleichzeitig sorgt die Landeselternversammlung für den Informationsfluss in die einzelnen Jugendamtsbezirke und damit zu den Eltern zurück. Neben der Landeselternversammlung haben wir die Landeselternvertretung. Sie wird aus einer oder einem Vorsitzenden sowie bis zu zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter und neun weiteren Vertreterinnen und Vertreter bestehen, von denen zwei aus dem Bereich der Kindertagespflege stammen müssen. Durch dieses Quorum wird gewährleistet, dass auch die Repräsentanz der Kindertagespflege vorhanden ist. Die Landeselternvertretung wird von uns über alle wesentlichen Angelegenheiten, die die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in der Kindertagesbetreuung betreffen, informiert und gehört. Dazu gehören insbesondere geplante Änderungen des Rechts der Kindertagesbetreuung auf Landesebene, die Ausgestaltung von Förderprogrammen des Landes und landesweite Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung. Ich will an der Stelle vielleicht auch einfließen lassen. Wir haben in ganz Deutschland während der Corona-Pandemie zu Beginn eine zu geringe Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen gehabt. Das müssen wir alle einräumen. Aber das traf genauso auf Länder zu, die solche Vertretungen hatten, wie auch auf die, die sie nicht hatten. Das wissen Sie. Herr Klose, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Koch? Nein, ich lasse heute keine Zwischenfrage zu. Ich will ausdrücklich sagen, dass wir auch während der Pandemie – ich habe das selbst getan. Die Staatssekretärin hat das getan, der Kultusminister hat das getan, der Ministerpräsident hat das getan – immer wieder Gespräche geführt haben mit Elternvertretungen, um deren Anliegen zu hören und möglichst einfließen zu lassen. Es ist mir wichtig, das heute richtigzustellen, weil eben auch anderes behauptet worden ist. Meine Damen und Herren, zu dem weiteren Aspekt, der in diesem Gesetzentwurf enthalten ist. Die Landesregierung unterstützt, dass der Gesetzentwurf Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder rückwirkend zum 31. Juli zwei weitere Jahre Zeit einräumt, die mit der Änderung des hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs erhöhten personellen Mindeststandards umzusetzen. Das ist ausdrücklich ein Biss in einen sauren Apfel. Das sage ich dazu. Aber insbesondere mit Blick auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine vor dem Hintergrund der damit einhergehenden Fluchtbewegung, die auch zu einer steigenden Nachfrage bei den Angeboten der Kindertagesbetreuung führt, müssen wir die Realität einfach anerkennen. Darüber können wir nicht hinweggehen. Deshalb sollen die Träger im Zuge der Verlängerung dieser Übergangsregelung die Möglichkeit behalten, zu entscheiden, ob sie nach neuen oder bisherigen Standards arbeiten. Ich sage aber ausdrücklich, unabhängig von dieser Übergangsregelung halten wir grundsätzlich an dem Ziel fest, die gesetzlichen personellen Mindeststandards in den Kitas weiter zu verbessern. Das ist unser Schwerpunkt in dieser Legislaturperiode, weil wir nur so den gestiegenen Anforderungen gerecht werden und die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten weiter verbessern. Ich bin gespannt auf die weiteren Beratungen. – Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister Klose. – Als Nächster hätte sich noch einmal Herr Rock von der FDP zu Wort gemeldet. Herr Minister, Sie haben meine Zwischenfrage nicht zugelassen. Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen sieht vor, dass eine Verordnung aus Ihrem Haus auf den Weg gebracht werden muss. Ich habe einmal etwas zum Zeitplan gesagt. Wenn wir es schaffen würden, dieses Gesetz im Hessischen Landtag bis Dezember zu beschließen, wären Sie denn in der Lage, zeitnah eine Verordnung vorzulegen, damit erst im Frühjahr nächsten Jahres auch eine Wahl des Elternbeirats möglich wäre? Das wäre noch einmal eine kurze Frage an Sie, Herr Minister. Vielleicht können Sie hier auch für die Eltern eine Klarheit herbeiführen. – Vielen Dank. Danke, Herr Rock. – Herr Staatsminister Klose, bitte. Herr Rock, das Gesetz ist jetzt im Landtag. Wir beschließen es dann zum Ende des Jahres genauso, wie es die Rednerinnen der Koalitionsfraktionen vorgestellt haben. Selbstverständlich werden wir alles dafür tun, dass die Verordnung rechtzeitig in Kraft tritt, damit wir Anfang des Jahres auch die entsprechenden Wahlen durchführen können. – Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. – Wir sind am Ende der ersten Lesung angekommen und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Sozial- und Integrationspolitischen zur Verkauft werden durchführen.